und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja die basis champs sind zurück haben wir schon mal glaube ich in diesem teil im letzten tag gehabt schauen wir uns alles mal genau an am schluss winkt sogar 99er matt rampy los geht's viel spaß bevor wir dann dazu bekommen müssen wir noch mal einen blick zurück auf den vergangenen wilden freitag werfen wo er wirklich komplett crazy alles ging für den das verpasst hat tut es mir echt leid und es war wirklich der das das größte geschenk das größte glück den größten bug in diesem nachher herausgestellt im jemals noch die alte team hatten alle karten waren wieder verfügbar und es gab lila wolken links und rechts und man konnte immer wieder lila wolken machen mit spielern über 90 plus teilweise sogar 99 spieler mit dabei gewesen und ja das ist erst mal das absicht gewesen aber nachdem es dann 24 stunden später gefixt wurde wieder das ganze pack luck wieder vorbei war sind wir uns doch sicher nachgang dass es keine absicht war aber allein durch diesen verrückten freitag konnte ich mein team das vor dem ganzen vor der ganzen geschichte so aussah bzw fast so aussah ich hatte noch gommes auf 94 und boni nur auf 91 gespielt genau und nur durch das ganze pack luck ohne einen cent auszugeben sieht dann mein team nach dieser ganzen geschichte so aus ich habe dann noch jose gebaut hatte auch 85er von den captains mit drin immer hochgelevelt petrangelo gebaut so weit wie es eben möglich auf 98 berat ich vorher schon auch in power gezogen zählen war ja spielcheck masse noch gezogen und im sturm auch mckinnon mcdavid und kardy jeweils hoch gebaut die team of the season karten von beda da ich nur die 87er feuer aus dem matthews pastor nach kucherov noch malkin gebaut ich habe die einzigen zwei noch mal im original line-up drin sind in grätschi und schmalz und dieses nur in der dritten und vierten reihe im tor dann noch magstürmen können jetzt theoretisch auch noch auf 96 hochleveln aber sie jetzt da keine eile dahinter also ich hätte echt nichts dagegen gehabt wenn das ganze noch weiter gegangen wäre klar irgendwann wenn alle fertig gewesen mit ihrem team aber zu zumindest hat jetzt jeder die gleiche chance weil gerade wer zum freitag abend bis samstag abend nicht online war schon natürlich jetzt dementsprechend die röhrer was auch ein bisschen schade ist aber schauen wir mal zum eigentlichen thema von diesen videos den basis jams ihr müsst einen kader stellen mit 20 basis karten also die ganz normalen basis karten und könnt euch dann wenn ihr die top 100 schafft den neuen sky matthew rampier spielen ab 10 siegen gibt es ein 98er gucken uns mal an um was es hier genau geht und zwar kann da ohne qualifikation jeder mit teilnehmen geht einfach auf rutschams dann habt ihr neben den normalen modus der jetzt seit 17 uhr am laufen ist habt ihr noch mal den basis objekte erfordert 20 basis profis heißt die macht ein line up voll mit 20 basis profis und können hier direkt loslegen zwei ranking spiele dann geht es los für alle die es in die top 100 schaffen die bekommen einen neuen sky matthew rampie ab 10 siegen und man hat 20 spiele zur verfügung gibt es den 98 matthew rampie darunter gibt nur profi packs profi pack premium pack profi pack immer nur einen sieg schafft lauter ein spiel macht kriegt man auch einen goldspieler und zumindest bei einem sieg gibt es ein profis pack wird es kein von euch ab dem schlips treten aber ich denke mal top 100 wird inklusive mir die wenigen von uns schaffen das heißt wir gucken uns mal den 98 matthew rampie an den es für zehn siegen gibt und zwar bekommt er für zehn siege diese karte nach dem moment rampie von den nur rangers ein center 2 meter 1 groß 109 kilo scharfschütze power fordere vollstrecker stürmer dazu defensiv checking spielabbau oder schuss boost sowie tempo boost und flinker ist boost sowas da fähigkeiten panzer gleichfalls kein mitkampf nahkampf und die goldene wildheit wir haben sie wollen die beschleunigung 97 tempo heißt bekommt mit dem mit dem vollstrecker stürmer noch auf 99 tempo man kommt aber auch mit dem tempo boost auf 99 tempo leider keine möglichkeit und noch die beschleunigung komplett auf 99 zu boosten rediger bei 97 balance bei 99 ausdauer auch das kann man auch von 90 hoch bringen mit dem dementsprechenden fähigkeiten synergien schuss ist so im hohen 90 bereich auch da perfekt mit dem schuss boost an ende im hohen 90 bereich bis perfekt body checken stärker agressivität widerstandsfähigkeit und kämpfen bei 99 auch die verteidigungswerte sind alle bei 99 wir reden ist nur von 98 karte der vollständigkeit halber noch die 99 karte da ist alles bei 99 außer die ausdauer die bleibt bei 90 also ist kein großer unterschied sage ich mal zwischen beiden karten bei 99 karte kommt nur noch der kreisel dazu und der beschleuniger booster wie gesagt ist dann eher auf 99 also das hilft euch hier auch nicht weiter alles was ich eigentlich dafür tun muss das neue aufstellung zu erstellen hat die mal basis genannt und da 20 spieler und sich basis spieler reinstecken schauen uns rein zu versuch zwecken bei mir so aus und jetzt kann ich eigentlich schon direkt loslegen und versuchen die zehn siege zu bekommen und vorteil ist natürlich dann wenn man ein 87er kono mcdavid hat in 85er asternak mckinnon ist nur oder auch in der verteidigung dann makar wert und noch ein vorteil im gegensatz zu den nur basis karten aber und das sind jetzt schon fast ein bisschen schade es wurden noch weitere karten veröffentlicht die auch zu der kategorie basis karten zählen da bitte aufpassen normal kommen ja ab 86 lila wolken ich habe schon bei a paar gesehen dass dann höhere karten kamen und keine lila wolke da war die haben die schnell verkauft und das war dann vorbei mit der geschichte also da bitte aufpassen jede karte wenn ihr wenn ihr packs öffnet genau anschauen ob da wirklich nicht statt 88 statt 80 oder 78 98 dort entsteht da bitte echt aufpassen ich will jetzt hier auch gerne auf jede einzelne eingehen aber wir haben leo carlson simon nemmich mit dabei stankhofen mintikov im tor hat mir ersten der ist glaube ich auch recht groß also wäre auch so eine meter 1 88 geht eigentlich reinbacher ist auch schon seine karte bekommen hat weil es dead shell right natürlich connor seri die haben wir ganz am anfang in der in dem trainings camp auch mein freund brenn clark der muss immer mit dabei sein konagic geht aber die recheck auch eine typische meter karte die wir schon ein paar mal hatten das ja matthew savoy aber wie gesagt diese karten zählen auch unter anderem zu diesen basis kann also die könnt ihr auch einsetzen neuem team dann lohnt sich es auch immer wieder die packwahrscheinlichkeiten hier im store zu beobachten jetzt hier ein paar elite pack das ist mir gerade bei einer wahrscheinlichkeit von 55 prozent ist ein 86 plus wurde das wechselt auch immer wieder beim premium pro wies boxen auch bei 55 prozent als sie einfach mal ein elite pack auf und ob da irgendwas drin ist es kann auch sein dass solche geschichten dann wieder zurückkommen 80 200 kronen alles weil sie dann nach wie vor alle ziehbar bloß dass eben die packwahrscheinlichkeit gesenkt wurde ja 95 stefan jell ok also man sieht wie gesagt dass immer gut beobachten stefan jell wollte immer mehr wenn stehmen team danke zu jedem dienstag eine 9 9 9 modus neue ziele wo man sich einen von drei oliver björg stand auswählen kann einmal meine next gen karte von den winterhawks eine blutjackets gerade als draft und der elites karte von den skatt und crack ich würde die karten jetzt echt gern zeigen aber ich finde sie nirgendwo wieder bei portland noch bei seattle noch in der next gen serie noch bei den leads also wer die gefunden hat kann mich immer gerne auf aber ich kann euch zeigen was ihr machen müsste man diese eine von diesen drei karten so kommen wir müssen ein objekt kaufen auktionshaus gibt es den basis oliver björg strand in ihren einen punkt machen dann kriegt man einen random portland winterhawkspieler sind auch der spieler höchste wahrscheinlichkeit dass die silber sind dann 5 es ist mit jörg strand 20 toren björg strand also eigentlich selben sachen wie man mit schmalz und mit zähneim und wie machen wir mal zuletzt als hatten auch machen mussten die x mit einem portland winterhawks spieler ich so da kriegt mehr ein checks mit im bord der winterhawks spieler 35 pässe mit dem seattle cracken profi 85 schüsse mit dem seattle cracken profi dann kriegt man ein choice pack wo man sich einen von drei oliver björg strand auswählen kann auch wenn man etwas wie die karte ausschaut was auch neu ist das development camp wird täglich verlängungs pack kriegt ein paar münzen drei goldspieler nach vier tagen jetzt im prime pack nach fünf im elite pack haben wir gerade sind das kann auch ganz gut werden schläger checks zehn stück also sachen wo man ich sag mal recht schnell abschließen kann wenn man das dann alles durch hat bekommen am schluss in 93 preseason frazer minden noch nie gehört noch der ist hier eine preseason bei den spielern nicht verfügbar aber es ist ein 390 kann man in sein lineup stecken für aufgaben abschließen oder ansonsten einfach zu collect was mache ich weiß nicht wo die ganz die sind schon versteckt die spieler das sind dann wo ganz abstrakt irgendwo versteckt wahrscheinlich aber ich sage jetzt auf die schnelle keinen von den sowohl björg strand als eben auch minden nicht gefunden na gut was soll es vielleicht tauchen sie irgendwann wieder auf vielen dank für das einstellen oder den sauber bleiben so schaut es aus